Hier haben wir den Beinbeuger. Wie ihr Arme schon da müsst ihr bei diesem Gerät eure Beine beugen. Und das ist hauptsächlich für die Seesmuskulatur und die Hinter-Oberschenkelmuskulatur gut. Das Gerät hat noch ein paar Besonderheiten für den Gegenständen. Natürlich könnt ihr hier wieder euren Sitz vorstellen. Das heißt, ihr könnt nach hinten fahren, ihr könnt die Lehne nach vorne fahren. Als allererstes müsst ihr, um in das Gerät überhaupt reinzukommen, hier das Polster anheben. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, ob ihr lange, kurze oder mittellange Beine habt. Und die Feinheiten gleicht ihr dann einfach mit der Lehne aus. So, an dem Sackzeichen habt ihr Seitenkürze. Und dann folgt ihr einfach eure Beine, und zwar richtig ran. Ja, soweit wie möglich. Langsam wieder loslassen. Leicht schweben lassen, das Gewicht hier immer. Was bedeutet, beide sind dann im Endzustand, hier im Ausgangszustand auch nicht ganz direkt. Und wenn ihr fertig seid, zieht ihr einfach mit dem Himmel nach oben und steigt aus dem Himmel aus. Seht ihr achtet? Zuhause dich! Kostig. Kostig.